Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie! Du bist nicht eingeladen! So, jetzt nochmal Leib aufgefrischt. Im letzten Part haben wir Clanker, den müllfressenden Hai oder Wal oder was auch immer, befreit, damit er wieder atmen kann, obwohl er Kiemen hat. Kann man jetzt schon... Nein, und Trap! So, oben, Noten, 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 Noten. Zack! Oh, 40 Stück schon! Das ist megacool. So. Kannst mal unten bleiben oder oben bleiben. Und Duh, 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 Duh. Drittes Puzzleteil! meine 10 tun weh aber zu viel Müll gefressen hat ich gehabt man ich will erst noch ein anderes und Treppe nach Geld Prozent zu klar wie geht's auf aber mein Gegenstand entsorgen und zack und dann ist das Positel in den Bühnen der Wenden in dem Köln der Haar auch vier Stück schon ja was ist schon es gibt zehn aber bei denen bei denen hier bei den Noten sieht schon ganz anders aus ich kann Pokern ja klar so 57 Akzept oder um wann noch mehr ich weiß nicht mehr wie in der schon 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 geschehen ich bin unterwegs du den zack du so dann hebt mal deine Flosse Klenker und Leben tschüss genau zack nein oh Scheibenkleister Prozent Prozent dann holen wir uns erstmal die Honigwabe ziemlich doof hier drin vorgleich gleiche gleich geschafft und wenn du auch das ging ja schnell ich habe das schwierige Erinnerung so und der Keraus eingesackt und höp ähm Troll so jetzt kann man auch schöner gegen springen so seien 60 Stück nein 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 ich fehle schon wieder oh mein Gott das geht doch mal überhaupt nicht soll jetzt aber höp mit TREP zack geht aber so ja diesmal bis zu scharfen zack ihr Stück oh uah waz aua tsch 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 flasche hup no twerp perfekt hier oben sind auch noch ein paar noten und ningenjo was war hier drin bats ningenjo oh ups das kamara und natürlich auch haben und hier die letzte und ich habe in dieser welt er hat die gelbe neue und ich war jetzt können wir sieben treffer sechs treffer aushalten beim siebten treffer sterben wir wir sind auch schon fast außerhalb klänker oder klanker oder wie auch immer schön im blut rumlaufen so fast fertig wir müssen nur noch in ein von diesen gängen hier und um den blauen jinger holen so der dumm dumm bedung und bohschädel ist auch nicht schlecht ich kann pokern was auch immer okay wo kann das sein die suche wieder los aber ich glaube es ist hier ja sie ist schon so aus der wälder batz verdammt bei du war ja blau den johen so von wegen wir sind fast fertig uns wird ja noch ein puzzleteil ja scheibenkleister ab perfekt müssen nämlich seine schraube benutzen die fliegt immer so hoch äh hallo war alter so jetzt einfach mal rüberspringen ganz vorsichtig 70er und puzzle teil 5 puzzle teile und damit verabschiede ich mich wieder von euch und ciao die noch nicht das lassen wir doch wir gehen erst mal in klänke rein jetzt schon schluss machen oh danke und so drinnen was erwartet uns oh der hexenschalter alles klar oh ne note oh ii ok du den denn denn aua einfach durch rennen ah das tut doch weh und das sechste puzzle teil yeah yeah Ja, sechs Puzzleteile. Die Welt ist dann gleich schon fertig oder auch nicht. Upsala, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte doch nur hier drauf und zack. Ein kleines Hüpfspiel oder Tauchspiel oder Ringspiel, sagen wir es so. Wir müssen einfach nur alle Ringe durchqueren. Ja, geschafft. So, hier ist glaube ich, ja, zack, wir haben es aber geschafft, trotz des Fauxpas am Anfang. Okay, jetzt ein Doppel, Doppel. Yeah, two of a kind. Ja, wir haben jetzt noch fünf, zehn Sekunden. Zehn Sekunden dafür Zeit, den letzten zu holen. So, ab jetzt. Und wir sind schon durch. Yeah, dum, 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 da. Da, da, ba, da. Noch ein Puzzleteil. Das ist mega cool. Na, dum, 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 dum. Damm, 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 damm. Aha. Alles klar. Noch drei Puzzleteile. Ich habe ja unten doch gerade Noten gesehen. Ach, da unten. Auf geht's. Alles klar, 77 Und die 80 geknackt Wir wollen aber noch nicht raus Das wollen wir noch nicht Langsam checke ich es auch mit der umgekehrten Steuerung Glaube ich Und da geht es auch nochmal raus Da ist der letzte Jinjo So, wieder full life Und ab geht's Was machst du hier und kannst du überhaupt unter Wasser atmen Und das letzte Puzzleteil Letzte Puzzleteil Äh, hallo Banjo Die Steuerung Hat grad versagt Und auf geht's Weiter in den Quark So Das wird dann hier auch schon erledigt Nicht So war denn jetzt die Platte Tja 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 Mann, ey, jetzt Benjo Geht doch Wow, ein riesen Gaumenzäpfchen Tentakel Teil Wo geht's Wo geht's da Oben lang Ich glaub, hier bekommen wir die Letzten Move in der Welt Den einzigsten Move Muss man ja schon sagen Und Oh mein Gott Und Hör, wie geht das denn? Jetzt mal ernsthaft Wie kann der hier nen Ähm Nen Maulwurfsügel machen Wir sind hier in nem Körper drin Kleiner Denkfehler Egal Mit diesem Move schützen dich Kazuis Flügel Alter Cool, man Ja Unverwundbar Ja klar, man halt den Träger und Drücke Den C-Knopf Rechts Okay Ah, wir sollen ihn sparsam einsetzen Ich benutze ihn Fast nie Ja 5 Wir kriegen 5 von ihm Ach, das reicht doch Man kann es sogar schaffen, hier durch zu rennen Ich versuch das mal Ups Ja Ja Und Ja Ja Und Ja Und Jo Ja man Ja man Ja man Ja man Ja Den Resten Mal hier war Ups Ja 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 so geschafft alles klar dank bottles so uns fehlen noch zehn noten scheiße zehn noten